Herzlich Willkommen zu Urknall Weltall und das Leben und zur Vortragsreihe von Christian Köberl von der Universität Wien Planetare Geologie Heute wird es in der mittlerweile achten Vorlesung um terrestrische Planeten gehen. Viel Vergnügen! So, willkommen zum nächsten Teil der Vorlesung über Planetare Geologie. Unser Thema heute ist der Bereich der inneren, terrestrischen, erdähnlichen Planeten und wir beginnen einmal mit Merkur und Venus. Mars wird dann noch separat abgehandelt werden. Merkur und Venus sind die innersten Planeten. Wir haben hier eine sehr einfache, zumindest größenordnungsmäßig richtige Zusammenstellung der inneren Planeten. Die Erde natürlich der größte der inneren Planeten, die Venus fast so groß wie die Erde, also die Erde ungefähr 12.700 Kilometer Durchmesser, die Venus in der Größenordnung 12.400 Kilometer, der Merkur deutlich kleiner, knapp unter 5.000 Kilometer im Durchmesser und der Mars. Ungefähr halb so groß wie die Erde. Und wir werden uns jetzt in diesem Abschnitt mit Merkur und Venus befassen. Der Merkur, der erste Planet, der innerste Planet, der Sonnen-Nächste Planet, ist auch ein bisschen ungewöhnlich, wenn man hier zum Beispiel ein Verhältnis zwischen der mittleren Dichte und dem Radius aufträgt. Dann hätten wir hier den Erdmond, den Mars, Venus und Erde. Die liegen so ungefähr auf einem Korrelationsdiagramm von der Linie her. Der Merkur fällt hier heraus, ist ein relativ kleiner Körper, aber mit einer mittleren Dichte, die fast so hoch ist wie die der Erde. Der Grund, glauben wir heute zu wissen, ist, dass der Merkur einen relativ großen Eisenkern besitzt, während der Mond zum Beispiel fast keinen oder wenn dann nur einen sehr kleinen Kern besitzt. Nachdem Merkur und Venus innerhalb der Erdbahn um die Sonne gehen, sieht man sie am Sternenhimmel in der Nacht immer nur nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang. Sie entfernen sich nur, der Merkur maximal 28 Grad von der Sonne, die Venus maximal ungefähr knapp 50 Grad von der Sonne, aber nie wie zum Beispiel Mars oder Jupiter oder Saturn, die auch genau entgegengesetzt, dass 180 Grad von der Sonne entfernt sein können. Das heißt, um Mitternacht sehen wir diese beiden inneren Planeten nicht am Himmel. Dieses Diagramm hatte ich schon einmal in einer der früheren Vorlesungen gezeigt, hier nur zur Erinnerung zum Merkur, wie man ihn am Himmel sieht. Wenn der Merkur von uns gesehen auf der anderen Seite der Sonne steht, dann ist er relativ kleiner, aber voller beleuchtet. Wenn er uns näher ist, dass er zwischen uns und der Sonne steht, dann sieht man ihn als sicherlich beispielsweise, aber dann ist er etwas größer. Die Höhe, das ist jetzt für mittlere Höhe von 40 Grad nördlicher Breite gezeigt, über dem Horizont ist nicht einmal ganz 12 Grad, also das heißt nicht wahnsinnig gut beobachtbar von der Erde aus. Auch die Helligkeit hält sich noch stark in Grenzen. Hier ist ein Beispiel, ein Foto, wo über mehrere Tage hinweg die Position des Merkur gezeigt ist am Abendhimmel und da sieht man, wie der langsam höher geht, immer zur selben Zeit und dann verschwindet er wieder. Das heißt, der Merkur ist einfach wirklich nicht wahnsinnig gut beobachtbar. Übrigens noch etwas Interessantes, was man erst auch noch nicht so lange weiß, seit den 1960er Jahren, die Rotationsperiode des Merkur. Wir wissen zwar schon lange, dass der Merkur 88 Tage einmal um die Sonne braucht, aber wie lange braucht er für eine Rotation um die eigene Achse? Und der braucht ungefähr 58 Tage um die eigene Achse. Das ist nämlich eine sehr interessante Kopplung zwischen der Rotationsperiode und der Umlaufperiode. Das ist eine 3 zu 2 Kopplung. Während der Merkur zweimal um die Sonne geht, rotiert er dreimal um seine eigene Achse. Das heißt, eigentlich so ein Merkur-Tag dauert 176 Erdtage, bis er wieder zur gleichen Position ist. Diese Spin-Orbit-Kopplung hat etwas zu tun mit den Gezeitenwechselwirkungen mit der Sonne, die sich auf den Merkur mit seinem großen Kern besonders auswirkt. Die Rotationsachse des Merkur ist hingegen fast senkrecht zur Umlaufebene und das bedeutet, dass es bestimmte Bereiche in den Polgegenden des Merkur gibt, die permanent abgeschattet sind und wo auch Eis vorkommen kann, so ähnlich wie wir das bereits vom Erdmond gehört haben. Ich habe schon erwähnt, wie viele Leute haben den Merkur vielleicht noch nie gesehen, vor allem viele Menschen, die in der Stadt wohnen. Denn da muss man wirklich ganz genau zu einer ganz bestimmten Zeit schauen und ziemlich genau wissen, wo der ist, weil er auch nicht besonders hell ist. Der Merkur, den zeichnen noch ein paar andere Dinge aus, so ein gewisser Sonderfall auch im Sonnensystem. Der hat keine Atmosphäre, aber aufgrund dessen ist er auch sehr heiß auf der Oberfläche. Auf der sonnenzugewandten Seite haben wir bis zu 740 Kelvin. Also das ist schon sehr heiß. Das ist so ähnlich wie auch auf der Venusoberfläche. Die Venus ist aber weiter weg von der Sonne, aber dort haben wir den Treibhauseffekt. Und auf der sonnenabgewandten Seite, wie auch beim Erdmond, kann es sehr kalt werden. Noch einmal ein nettes Bild. Das zeige ich deswegen ganz gerne, weil das habe ich selber aufgenommen. Das ist am 8. Januar 2005 aus von Italien aus aufgenommen, aus dem Schlafzimmerfenster. Hier haben wir den Mond. Man sieht auch ein bisschen das aschfahle Mondlicht. Und hier sieht man Merkur und Venus gerade sehr schön am Morgenhimmel. Nun, obwohl der Merkur relativ nahe an der Erde ist, hatten wir bisher nur ein, also zwei Raumschiffe eigentlich, die beim Merkur Waren- und Oberflächeninformationen aufgenommen haben. Das eine war Mariner 10 und später dann vor ungefähr zehn Jahren noch die Messenger-Sonde. Es ist jetzt mittlerweile eine europäische Sonde zum Merkur unterwegs. Aber das ist gar nicht so leicht, dort hinzukommen. Wir werden das dann später noch sehen bei den Flügen von Mariner 10 und Messenger. Auf den ersten Blick, wenn man ein Bild des Merkur ansieht, dann sieht der Merkur so ähnlich aus wie der Mond. Eine mit Kratern übersäte Oberfläche, ohne Leben, ohne Flüsse, ohne Seen, einfach eine tote Oberfläche. Den Merkur zeichnet auch noch aus, das wissen wir auch erst seit Raumsondenuntersuchungen, dass der Merkur für seine Größe ein relativ starkes Magnetfeld aufweist, ungefähr ein Hundertstel des Erdmagnetfeldes. Was aber trotzdem interessant ist, weil ein so kleiner Körper, unser Erdmond oder der Mars, die haben keine entsprechenden Magnetfelder. Das hat vermutlich damit zu tun, dass der Merkur eben einen sehr großen Eisenkern aufweist. Nun, Beobachtungen des Merkur, die gibt es schon natürlich länger. Auch der Merkur wird natürlich schon von den Babylonien, von den Griechen, von den Ägyptern usw. gesehen. Aber der Erste, der hier versucht hat, Zeichnungen, oder von dem es überliefert ist, dass er versucht hat, Zeichnungen der Merkur-Oberfläche anzufertigen, war Johann Schröter in Deutschland. Der hat mit dem Teleskop versucht, irgendwelche Schattierungen zu sehen. Leider waren seine Zeichnungen nicht besonders genau. Man wusste ja auch damals nicht, wie rasch rotiert der Merkur eigentlich. Schiaparelli in Italien und Low in den USA haben auch Streifenformationen geglaubt zu sehen. So etwas Ähnliches wie die Marskanäle. Aber der Erste, der gezeichnet hat, die Merkur-Oberfläche, die halbwegs nachvollziehbar war, war ein gewisser Herr Antonaidi. Der hat im Wesentlichen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit sehr großen Teleskopen gearbeitet. Aber er hat auch festgestellt, dass die Merkur-Kanäle, sowie halt auch die Marskanäle, optische Illusionen sind. Und erst die ersten Fotos von Merkur sind erst Mitte der 1970er Jahre mit Hilfe der Raumsonde Meriner 10 gelungen. Meriner 10, hier beim Start 1973 zu sehen, das Raumschiff hier mit den Kameras, den Solarpanelen, der Kommunikationsantenne zur Erde zurück. Und hier auch Messgeräte, Magnetometer, die weiter weg sein müssen vom Hauptraumschiff. Diese Sonde hat dann mehrere Vorbeiflüge beim Merkur gemacht. Hier ein Fotomosaik eines solchen Vorbeifluges. Zuerst hat die Sonde Schwung geholt bei der Venus. Das haben wir ja schon am Anfang gehört. Dadurch wurden die Wolken der Venus entdeckt, weil das war die erste Raumsonde, die Kameras mitgehabt hatte, bei der Venus war. Die ersten Bilder der Merkur-Oberfläche, wie gesagt, sehen aus wie der Erdmond. Es gab aber auch von der Erde schon Versuche, Strukturen auf dem Merkur zu entdecken und auch eben die Rotationsperiode abzuleiten. Und mit Hilfe dieses großen Radioteleskops in der Nähe von Arecibo auf Puerto Rico, mit einem Durchmesser von über 300 Metern, ist es gelungen, Radarsignale zum Merkur und wieder zurück zu schicken. Und auf diese Art und Weise hat man zum ersten Mal die Merkur-Rotation mit ungefähr 58 Tagen bestimmen können, Mitte der 1960er Jahre. Das funktioniert so, dass man ein Signal hinschickt. Und wenn die Rotation in eine bestimmte Richtung ist, dann kommt von der einen Seite ein Dopplerverschobenes Signal zurück, das kürzerwellig ist, und auf der anderen Seite, die geht weg, dort kommt ein längerwellig Dopplerverschobenes Signal zurück. Man hat aber auch mit diesen Untersuchungen von der Erde aus, mit den Radaruntersuchungen, feststellen können, dass es in den Polgegenden des Merkur mögliche Eisablagerungen gibt. So ganz genau weiß man es nicht. Was man gesehen hat, ist, es gibt nur hier bestimmte Änderungen in der sogenannten die elektrischen Konstante, die die Oberflächenhelligkeit im Radar definiert. Und das kann Wassereis sein, kann aber auch sehr stark schwefelhältige Verbindungen sein, vielleicht sogar eine Mischung davon. Wahrscheinlich handelt es sich um Eise, die von Kometen stammen und die dort in diesen Kältefallen kondensiert sind, so ähnlich wie wir das bereits beim Erdmond kennengelernt haben. Und es ist eigentlich faszinierend, das ist 1999 aufgenommen von Arecibo, von diesem Radioteleskop von der Erde aus, mit einer Auflösung auf dem Merkur von 1,5 Kilometer. Das heißt, man kann Oberflächenstrukturen, die größer sind als 1,5 Kilometer, mit Radaraufnahmen von der Erde aus beobachten. Und hier sieht man im Inneren von bestimmten Kratern diese helleren Reflexionen, das ist jetzt nicht fotografisch, sondern das ist Radar und das bedeutet, dass es hier Komponenten gibt, die eben ein unterschiedliches Material darstellen, entweder Wassereis oder schwefelreiche Komponenten. Das wissen wir dann natürlich erst, wenn wir dort sind und tatsächlich Proben genommen haben oder die Untersuchungen gemacht haben. Ich habe schon bei der Geschichte der Entdeckung des Neptun darauf hingewiesen, dass Le Verrier, der berechnet hat, die Position des Neptun, des unbekannten Planeten, auch eine Bahnänderung im Merkur dazu verwendet hat, auf einen unbekannten Planeten hinzudeuten, den er Vulkan genannt hat. Dann hat sich aber herausgestellt, ungefähr 50 Jahre nachdem Le Verrier seine Arbeiten publiziert hat, dass der eigentliche Grund damit zusammenhängt, dass in der Nähe von schweren Massen die Newton'sche Gravitationstheorie etwas modifiziert werden muss und Einstein in seiner Relativitätstheorie erklärt, diese Periheldrehung des Merkur, diese exzessive Periheldrehung des Merkur eben nicht durch einen anderen Planeten, sondern dadurch, dass der Raum in der Nähe einer schweren Masse eben der Sonne gekrümmt ist. Und das ist interessant, weil uns das etwas über der Wissenschaftsgeschichte wieder zeigt. Hier wiederum ein schönes Fotomosaik der Südseite des Merkur und wir sehen, wenn wir noch im Kopf haben, wie die Mondoberfläche aussieht, auch hier wunderschöne, und zwar sehr viele solche Strahlenkrater, auch hier sind das Auswurfmaterialien, die sehr weit verbreitet sind. Was Mariner 10 auch gesehen hat, war, dass es ein sehr großes Einschlagsbecken gibt, von dem Mariner 10 nur einen Teil gesehen hat, nämlich das sogenannte Kalorisbecken. Und in dem Kalorisbecken drinnen, wenn wir uns die Oberflächenformationen hier genauer ansehen, das ist so etwas Ähnliches wie Mond, Mare, auch das ist mit Lava, also es gibt vulkanische Ereignisse auf der Oberfläche des Merkur, und das ist dann, wenn das abkühlt, dann verformen sich die so charakteristisch an der Oberfläche. Ansonsten sehr viele Einschlagskrater. Dummerweise, so wie die Himmelsmechanik es halt wollte, Mariner 10 ist zwar dreimal auf der Bahn im Sonnensystem beim Merkur vorbeigeflogen, aber jedes Mal war die gleiche Seite beleuchtet. Man hat also dummerweise nur die Hälfte der Merkur-Oberfläche auch in drei Vorbeiflügen von Mariner 10 gesehen. Das hat dann bis eben vor ungefähr zehn Jahren gebraucht, bis dann die Messenger-Sonde in einer Umlaufbahn um den Merkur war, um den Rest des Merkur zu fotografieren und zu kartografieren. In diesem Kaloris-Einschlagsbecken am Boden sieht man, so ähnlich wie wir das, das kann man fast direkt vergleichen, mit den Lava-Gebieten in den Mond, Mare, sieht man diese interessanten Strukturen, diese Ketten, die eben zusammenhängen mit der Abkühlung der Magma. Das Kaloris-Becken ist auf der einen Seite des Merkur und auf der anderen Seite hat man festgestellt, dort gibt es ein ziemlich stark zerrüttetes Terrain. Das kann man dadurch erklären, dass der Kaloris-Einschlag war sehr groß und die Schockwellen haben sich auf der anderen Seite des Merkur konzentriert und haben dort zu einer Zerrüttung der Oberfläche geführt. Dann gibt es andere interessante Oberflächenphänomene auf dem Merkur, zum Beispiel solche seltsamen Bruchzonen, die quer durch Krater durchgehen. Man nennt sie Skarps, die können mit frühen Abkühlphasen beispielsweise natürlich zusammenhängen. In diesem Fall ist geologisch gesehen diese Skarps-Struktur jünger als der Krater, weil der Krater dadurch zerlegt und verschoben wird. Hier haben wir ein weiteres Beispiel. Die sind durchaus einmal auch 10 Kilometer hoch, beziehungsweise zeigen Verschiebungen um ungefähr 10 Kilometer. Wenn wir uns ansehen, Reflexionsspektren der Oberfläche des Merkur und die mit dem Mond vergleichen, sind die sehr ähnlich. Das heißt, vermutlich gibt es auch auf dem Merkur ähnliche Minerale, vielleicht auch ähnliche Gesteine, an orthositische, feldspartreiche Gesteine, Plagioglas, feldspartdominierte Gesteine mit etwas Pyroxen dabei, wie auch auf dem Mond. Auch der Merkur könnte durchaus relativ wasserarm sein. Die Mariner 10-Mission war wie gesagt 1974, 1975 und dann hat es eine lange Zeit gebraucht, nämlich 30 Jahre, bis eine weitere Mission zum Merkur gestartet ist. Hier mit einer Delta-Rakete aus von Cape Canaveral ist die Messenger-Sonde zum Merkur gestartet. Jetzt glaubt man vielleicht, das ist ganz einfach. Der Merkur ist ja nicht sehr weit weg von der Erde, aber so ist es halt leider nicht. Die Bahn, den Merkur zu erreichen, ist ziemlich kompliziert. Fangen wir mal an mit dem Start hier. Hier haben wir den Start. Dann geht der, vielleicht sieht man auch unten hier diese Zeitskala ganz gut, dann geht die Sonde einmal um die Sonne, kommt noch einmal bei der Erde vorbei, holt sich dort Schwung, um ins innere Sonnensystem vorzudringen. Denn dazu muss die Sonde nämlich ziemlich stark beschleunigen. Erinnern wir uns daran, dass die Erde mit knapp 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne geht, der Merkur aber mit ungefähr 50 Kilometer pro Sekunde um die Sonne geht. Das heißt, um ins innere Sonnensystem zu kommen, brauche ich viel Energie. Das klingt auf den ersten Blick ganz komisch, aber das heißt zum Beispiel auch irgendwelche nuklearen Abfälle zur Sonne zu schießen, ist technisch ganz, ganz schwierig. Also ich hole mir bei der Erde Schwung, mache dann ein sogenanntes Deep Space Manöver, dass ich dort noch einmal die Rakete zünde. Dann gab es zwei Flybys bei der Venus, hat die Venus noch einmal fotografiert, 2006, 2007 noch einmal bei der Venus vorbei, hat sich wieder Schwung geholt, um ins innere Sonnensystem vorzudringen, war dann beim Merkur, es gab dann dreimal Flybys, die erste war Anfang 2008, der zweite Flybys war im Oktober 2008 und der dritte Flybys war dann im September 2009 und dann gab es noch einmal ein Deep Space Manöver und dann erst 2011 ist die Sonde in eine Umlaufbahn um den Merkur eingetreten. Mit anderen Worten, von der Erde bis zur Umlaufbahn sind sieben, fast sieben Jahre vergangen. Das ist ziemlich lang für eine Sonde, die ins innere Sonnensystem geht. Auch die momentane Sonde, die unterwegs ist zum Merkur, Pepi Colombo, wird auch eine Zeit lang viele, viele Jahre brauchen, bis sie beim Merkur eintrifft. Also so einfach ist das gar nicht, zum Merkur zu kommen, auch einer der Gründe, warum bisher so wenig untersucht wurde. Diese Messenger-Sonde, im Vergleich natürlich zur Mariner 10-Sonde, etwas moderner, hat eine ganze Menge Geräte an Bord, Magnetometer und sehr, sehr wichtig, das Sonnenschutzschild, denn sonst würde die delikate Elektronik so richtig verbraten. Hier ein sehr schönes Bild bei einem Flyby genommen von Messenger im Oktober 2008. Man sieht sehr schön diese großen Krater, die Strahlenkrater auf der Merkur-Oberfläche. Und die sind so ähnlich wie auch auf dem Mond, sind diese Krater hell und das Auswurfmaterial ist ebenfalls sehr hell, weil natürlich es hier um Material handelt, das von weiter unten kommt. Aber trotzdem versteht man nicht ganz so gut, warum diese Strahlenkrater auf dem Merkur so gut erhalten sind, weil auf dem Mond ist die Verwitterung durch, man nennt das Space Weathering, also zum Beispiel durch Mikrometeorite und durch auch den Sonnenwind, natürlich viel geringer als auf dem Merkur. Das heißt, eigentlich sollten auf dem Merkur diese Spuren viel, viel schneller verschwinden. Das heißt, es ist noch nicht so genau bekannt, warum eigentlich die noch so lange halten. Nun, Messenger hatte auch viele, viele Filter mit, mit denen man Falschfarbenaufnahmen machen konnte. Und da sieht man zum Beispiel bestimmte Gebiete. Hier ist endlich einmal dieses Caloris-Impact-Becken als Ganzes zu sehen. und da sieht man, dass sehr viel auch vulkanisches Material vorhanden ist. Es sind allerdings relativ kleinere Vulkane, lokale vulkanische Phänomene, nicht so große Schildvulkane, wie man das zum Beispiel von der Erde, vor allem aber vom Mars kennt, die gibt es nicht. Aber es gibt bestimmte vulkanische Gebiete. Hier ein Beispiel, eine Kuppel, eine vulkanische Kuppel mit Caldera-artigen Strukturen. Man kann sagen, das ist so ähnlich. Also hier zum Beispiel Hawaii gibt es so ähnliche Sachen, aber nicht so große Schildvulkane. Das heißt, es gibt Vulkanismus auf dem Merkur. Hier haben wir den Mars, der größte Vulkan des Sonnensystems. Auf der Erde sieht das so aus, auf der Venus eben auch. Und auf dem Merkur ist es etwas unscheinbarer. Aber trotzdem sind sehr viele der Ebenen von vulkanischem Gestein verfüllt. Schon erwähnt, und das hat sich aus den Armsondenuntersuchungen natürlich ergeben, dass der ungefähr zwei Drittel bis fast, ja, ungefähr drei Viertel des Durchmessers des Merkur vom Kern ausgefüllt sind, vom eisenreichen Kern. Darüber gibt es einen festen Mantel, der von einer Kruste, die ungefähr 100 Kilometer dick ist, und sehr viel natürlich ähnlich wie der Mond, Plagioglas und ein bisschen Pyroxen enthält, bedeckt ist. Der Kern, der bedingt, dass der Merkur ein Magnetfeld besitzt, ein für so einen kleinen Körper relativ starkes Magnetfeld, aber insgesamt ungefähr ein Hundertstel so stark wie das Erdmagnetfeld. Und hier sieht man natürlich dann auch in dieser Schema-Zeichnung, dass diese Magnetopause relativ nahe am Planeten dran ist. Und dass hier natürlich auch Teilchen des Sonnenwindes, die hochenergetischen Partikel, entlang der Magnetfeldlinien bis zur Oberfläche kommen. Und dort übrigens auch abspattern an der Oberfläche die Minerale. Und deswegen hat der Merkur zwar keine Atmosphäre, aber man kann Natrium aus manchen der Minerale nachweisen, ein leicht flüchtiges Element, das abgespattert wird. Die Geschichte des Merkur ist auch ganz interessant. Es gibt hier die Möglichkeiten, dass entweder das geschmolzene Innere expandiert ist und wir auf diese Art und Weise sogar Grabenbildungen haben. Oder aber, vielleicht später darauf, vielleicht waren beide Prozesse irgendwie involviert, der Kern kühlt sich ab, der Kern wird fester, der Mantel kühlt sich ab, es kommt zu einem Schrumpfen. Und hier kommt es zu diesen Verwerfungen. Und das sind diese Scarps, die wir schon in ein paar Bildern vorher gesehen haben. Das heißt, möglicherweise haben diese Verwerfungen etwas mit der Abkühlung des Planeten nach seiner Schmelzphase zu tun. Wir werden sicherlich noch viel mehr über den Merkur lernen, wenn dann in der näheren Zukunft die europäische Mission Pepi-Colombo zum Merkur kommt. Hier jetzt noch ein paar Schlagworte, die Zusammenfassung sozusagen zum Merkur. Also er braucht 88 Tage um die Sonne, rotiert in etwas mehr als 58 Tagen einmal um die eigene Achse. Das ist eine sogenannte Spin-Orbit-Kopplung, eine 3 zu 2-Kopplung. Es gibt keinen inneren Planeten-Vulkan, wie von Leverrier vorgeschlagen. Das ist die Relativitätstheorie. Der Merkur hat einen großen Eisenkern, eine dünne Kruste. Aufgrund des großen Eisenkerns ein relativ starkes Magnetfeld. Es ist auf der zugewandten Seite sehr heiß, auf der sonnenabgewandten Seite sehr kalt. Trotzdem gibt es permanent abgeschattete Zonen in den Polgebieten, wo möglicherweise Eis vorhanden ist. Aufgrund des Schrumpfen des Merkur gibt es diese Verwerfungen, die man als Scarps oder auch Cliffs oder Abhänge bezeichnet. Es gibt große vulkanische dominierte Ebenen. Es gibt große Einschlagsbecken, dieses Kalorisbecken, das auf der anderen Seite zu Zerstörungen geführt hat, aufgrund der Fokussierung der seismischen Wellen. Es gibt sehr viele Krater wie auf der Mondoberfläche. Die Kruste hat eine ähnliche Zusammensetzung vielleicht wie auch der Mond. Und es gibt auch diese Strahlenkrater wie auf dem Mond. Das war ein bisschen was zum Merkur. Jetzt kommen wir zum nächsten Planeten in unserem Sonnensystem. Das ist die Venus. Nun, die Venus, die ist am Himmel so ähnlich wie der Merkur. Wenn sie auf der, uns von der Erde aus gesehen, sonnenfernen Seite steht, dann ist sie hell, rund, weil sie voll beleuchtet ist von der Sonne. Wenn sie uns nahe steht zwischen Sonne und Erde, dann hat sie eine Sichelform, weil sie von hinten beleuchtet wird, ist viel größer. Und von den Helligkeiten ändert sich gar nicht einmal so viel. Übrigens, die Venus auf dem Nachthimmel der Erde, die hat bis zu minus vier, viereinhalb Größenklassen. Also nach der astronomischen Skala, ist es sehr, sehr hell, ist nach Sonne und Mond das dritthellste Objekt am Himmel. Man kann sich natürlich auch fragen, wie sieht denn das aus? Würde ich auf der Venus stehen, wie hell ist denn eigentlich die Erde am Nachthimmel der Venus? Also vergessen wir mal die Wolken auf der Venus, aber wenn ich dort bin. Und natürlich ist die Erde mit 40% Albedo, also 40% des Sonnenlichts, das zurückreflektiert wird, aber voll beleuchtet, wenn sie in Opposition stehen, der Venus nahe steht, kann sie theoretisch eine Helligkeit von sogar minus sechs Größenklassen erreichen. Das heißt, sie wäre sogar etwas heller auf dem Venushimmel, als die Venus auf dem irdischen Nachthimmel sein kann. Die Phasen der Venus, die wurden zum ersten Mal von Galiläe mit dem Teleskop beobachtet. Und Galiläe hat daraus auch natürlich geschlossen, dass es sich hier um einen Nachweis der heliozentrischen Theorie des Sonnensystems handelt. Venus, hier auch von der Erde aus gesehen, vor der Sonne bei einem Venus-Vorübergang. Die Venus ist eben, wie gesagt, der hellste Planet am Nachthimmel und wird oft als der Schwesterplanet der Erde bezeichnet. Wir wissen schon sehr lange, dass die Venus eine sehr dichte Atmosphäre besitzt, dass die Venus-Oberfläche von der Erde aus nicht beobachtet werden kann. Das hat dazu geführt, dass es in vielen Büchern aus dem 19. sogar beginnenden 20. Jahrhundert Illustrationen gibt, die eine Venus-Oberfläche zeigen, die so ein dichter Dschungel ist. Sogar Dinosaurier hat man auf die Venus-Oberfläche gezeichnet. Heute wissen wir, dass die Venus, naja, als Schwesterplanet sie zu bezeichnen, es ist eher der teuflische Zwilling, kann man sagen. Es ist die Hölle fast an der Oberfläche, denn die Oberflächentemperatur, wie wir heute wissen, ist fast in der Gegend von 500 Grad Celsius, also enorm unwirtlich. Die dichten Wolken haben das lange Zeit verborgen. Wir haben nicht gewusst, was an der Oberfläche genau abläuft und wie dicht die Atmosphäre sogar ist. Man hat zwar gewusst, dass die Venus in ungefähr 224, knapp 225 Tagen einmal um die Sonne geht, aber man hat lange nicht gewusst, eben weil die Wolken keine Strukturen gezeigt haben von der Erde aus gesehen, hat man nicht einmal gewusst, wie lange die Venus um ihre eigene Achse braucht. Um einmal um die Achse zu rotieren. Und es waren erst so ähnlich wie beim Merkur die Radaraufnahmen Mitte der 1960er Jahre, auch vom Arecibo Radioteleskop aus, die uns gezeigt haben, dass die Venus in nur 243 Tagen einmal sich um ihre Achse dreht. Das ist länger, als sie um die Sonne braucht. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Ungewöhnliches. Ungewöhnliches und sie dreht sich sogar in der anderen Richtung. Nun, von der Größe, von der Dichte und von der Gesamtzusammensetzung ist die Venus schon sehr ähnlich der Erde, aber eben an der Oberfläche sieht die Sache schon ganz anders aus, weil diese Atmosphäre, die ungefähr einen, man kann nicht sagen Luftdruck, aber einen Atmosphärendruck hat, der 92, also fast 100 Mal höher ist als der Druck auf der Erdoberfläche, der Atmosphärendruck auf der Erdoberfläche. Und wir wissen eben auch heute, dass diese Atmosphäre zum Großteil aus Kohlendioxid besteht, ungefähr 96% Kohlendioxid. Und das führt zu diesem gigantischen Treibhauseffekt, sodass im Gegensatz zu Merkur oder Mond, wo die sonnenzugewandte Seite sehr heiß ist und die sonnenabgewandte Seite sehr kalt ist, ist die Sonnenseite und die abgewandte Seite gleich heiß, denn es gibt hier keinen Unterschied zwischen den Beleuchtungs... die Beleuchtung auf der Oberfläche ist hier irrelevant für die Temperatur. Also wir haben knapp 500 Grad Celsius Oberflächentemperatur. Die Venusatmosphäre bewegt sich im Gegensatz, und das wissen wir eigentlich erst seit Mariner 10, seit den ersten Fotos von der Atmosphäre, die im Ultravioletten und im Infrarot gemacht wurden, weil im Sichtbaren Licht sieht man das nicht, dass die Venusatmosphäre sich in, je nachdem wo wir sind, zwischen vier bis sechs Tagen einmal um den Planeten bewegt. Also das führt zum Ausgleich der Temperatur zwischen der sonnenabgewandten und der sonnenzugewandten Seite, auch wenn die Venus relativ langsam rotiert. Wir wissen heute auch, und das hat sich schon herausgestellt bei den ersten Untersuchungen durch Mariner 10, dass die Venus kein Magnetfeld besitzt. Also interessanterweise, der Merkur hat ein Magnetfeld, die Erde hat auch ein Dipolmagnetfeld, Venus hat keins, Mars hat keines. Die sehr dichten Wolken der Venusatmosphäre, Wolken sind ja Tröpfchen, Flüssigkeitströpfchen, in der Erdatmosphäre bestehen die Wolken aus Tröpfchen aus Wasser, in der Venusatmosphäre bestehen sie aus Schwefelsäure, also auch etwas sehr Unangenehmes. Nicht nur das Magellan-Raumschiff, das von den USA kam, aber auch vorher einige sowjetische Venera-Missionen hatten auch Radar an Bord und auch die Pioneer Venus-Sonde. Dadurch war es möglich, dass man durch die Atmosphäre, durch die Venus-Oberfläche genau kartografieren konnte. Und man hat also festgestellt, welche Oberflächenformationen es gibt, so als ob man die Venusatmosphäre wegzaubert. Und was man gefunden hat, ist, dass Vulkanismus die dominante geologische oder oberflächenformierende geologische Kraft auf der Venus ist. Das ist anders als zum Beispiel am Mond oder Merkur, wo die Impact-Krater die dominierenden Landschaftsformationen sind. Praktisch alles, was wir auf der Venus-Oberfläche sehen, ist auf die eine oder andere Form des Vulkanismus zurückzuführen. Man hat aber auch festgestellt, und das ist durch Kraterzählungen passiert, es gibt natürlich Impact-Krater, wir werden gleich ein paar Bilder noch davon sehen, aber es hat sich gezeigt, wenn wir, also ich habe das ja beim Mond erklärt, man kann die Häufigkeit von Meteoriten-Kratern, wenn man sie mit der Größe in Verbindung setzt und pro Flächeneinheit anschaut, ungefähr da zu verwenden, um ein ungefähres Alter der Oberfläche abzuleiten. Und da stellt sich heraus, dass praktisch die gesamte Venus-Oberfläche von ungefähr, so genau weiß man das nicht, zwischen 600 und 800 Millionen Jahren, einmal komplett verändert wurde, vermutlich durch Lava, durch den Ausfluss von Magma. Und alle früheren, älteren Landschaftsformationen, also auch Impact-Krater, sind auf diese Art und Weise verschwunden. Übrig geblieben oder heute oder später noch entstanden, kennen wir heute mehrere 10.000 Vulkane und vulkanische Strukturen auf der Oberfläche. Auf der Venus findet man jede Art von Vulkanismus und jede Art von Vulkanformationen, die man von der Erde kennt und noch mehr, einige, die von der Erde nicht bekannt sind. Nun klarerweise, aufgrund dieser enorm hohen Temperatur von über 450 Grad Celsius, gibt es klarerweise kein flüssiges Wasser auf der Oberfläche der Venus. Und daher, und vielleicht hängt das auch ein bisschen zusammen, man hat auch keine Anzeichen dafür gefunden, dass es auf der Venus so etwas wie Plattentektonik gibt. Auf der Erde gibt es viele Platten, ozeanische Platten, kontinentale Platten, die sich gegeneinander bewegen, durch Mantelbewegungen angetrieben sind, die miteinander kollidieren, Berge formieren oder unter einem Platten subduziert werden. So etwas kennen wir auf der Venus nicht. Die Venus könnte man als eine Art Einplattenplanet bezeichnen. Was es aber sehr wohl auf der Venus gibt, sind solche Hotspots, Hotspot-Vulkanismen, wo also unten von dem Mantel heißes Material nach oben kommt, das dann zu Schmelzformationen, zu Vulkanismus führt. Bevor wir uns einige der Oberflächenformationen genauer ansehen, vielleicht ein paar Zahlen noch zur Venus. Die Venus hat eine Masse, ist ungefähr 82% der Erdmasse, bei ungefähr 95% des Erddurchmessers. Wir haben schon erwähnt, also die Dichte ist etwas kleiner als die der Erde, 5,2 gegenüber 5,5. Die Rotationsperiode ungefähr 243 Tage, die Umlaufperiode knapp 225 Tage. Sie ist 0,7 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Erde natürlich 1, gleich alt wie die Erde, hat eine Atmosphäre, die zu 96% aus Kohlendioxid besteht, 3,5% Stickstoff und 0,5% manche andere Dinge. Oberflächen, Druck eben 92 mal höher als die der Erde, der Atmosphäre und kein messbares Magnetfeld, was sehr spannend ist. Warum, wissen wir nicht genau. Die Erforschung der Venus durch Raumsonden geht schon eine Weile zurück. Das erste erfolgreiche interplanetare Raumschiff war Mariner 2, im August 1962 gestartet. Und diese Raumsonde ist in einem Fernhang von ungefähr 34.000 Kilometer an der Venus vorbeigeflogen, hat wichtige Informationen über die Venus-Atmosphäre zurückgeschickt, auch die Temperaturen messen können, hatte aber keine Kamera an Bord. Einige der Raumsonden, die zur Venus geflogen sind, manche erfolgreich, manche weniger, es war sehr viele sowjetische Raumsonden, sehr viele Vennerer-Raumsonden, einige Mariner-Sonden, also Mariner 2, wie gesagt, war die erste. Es gab einen Flyby von Vennerer 1, aber da waren keine Daten, die zurückgekommen sind. So ähnlich war das bei anderen, wo Kommunikation nicht funktioniert hat. Vennerer 4 war eine Sonde, die in die Atmosphäre 1967 eingetreten ist. Und das war die erste Sonde, die die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre gemessen hat. Und nachdem man damals noch nicht wusste, wie hoch der Atmosphärendruck in der Atmosphäre der Venus ist, ist diese Raumsonde in der Atmosphäre regelrecht zerquetscht worden, bei einem Druck, der über 70 bar war. Dann hat man natürlich etwas stärkere Sonden gebaut, um festzustellen, wie sie tatsächlich zur Oberfläche kommen. Es gab eine Sonde im Mariner 5, hat auch Messungen gemacht, hat versucht ein Magnetfeld zu finden, hat keines gefunden. Dann war Vennerer 5 wieder eine Atmosphärensonde, eine sowjetische Sonde, ist ebenfalls in der Atmosphäre durch den hohen Druck zerquetscht worden. Das gleiche für Vennerer 6, die waren beide innerhalb von wenigen Tagen hintereinander, 1969 zur Venus unterwegs. Die erste erfolgreiche Landung eines Raumschiffs überhaupt auf einem anderen Planeten war Vennerer 7, 1970, eine sowjetische Sonde. Hier hatte man eine interne Kühlung, die dazu geführt hat, dass das Raumschiff nach der Landung noch 23 Minuten lang funktioniert hat und Daten zur Erde zurückgefunkt hat, vor allem über die Atmosphäre, die Oberflächentemperatur. Nun, zwei Jahre später, auch sehr erfolgreich, die Vennerer 8-Sonde, die auf der Oberfläche auch die Atmosphärenzusammensetzung gemessen hat und dann sogar noch 50 Minuten nach der Landung funktioniert hat und Daten vorbeigeschickt hat. Dann, wie schon mehrfach erwähnt, die ersten Fotos, auch war an sich die Sonde, die zum Merkur unterwegs war, die Mariner 10-Sonde, die aber vorbeigeflogen ist, 1974, bei der Venus und die Atmosphärenzirkulation, die Strukturen in der Atmosphäre nachweisen konnte. Dann hatten wir wieder 1975, im Juni 1975, zwei erfolgreiche sowjetische Sonden, nämlich Vennerer 9 und Vennerer 10. Beide hatten sowohl einen Orbiter wie auch eine Landekomponente. In beiden Fällen ist es gelungen, für ungefähr eine Stunde Daten und sogar Fotos von der Oberfläche zurückzuschicken und hat natürlich auch versucht, einige chemische Zusammensetzungen an der Oberfläche zu untersuchen. Pioneer Venus war eine amerikanische Sonde, die 1978 bis 1992 in Umlaufbahn um die Venus war, auch Komponenten hatte, war ein Orbiter, waren Teile, die die Atmosphäre genau vermessen haben. Hier hat man zum Beispiel auch die Schwefelsäurekomponenten gefunden. Später dann war Vennerer 11, Vennerer 12, Vennerer 13, Vennerer 14 von 1978 bis 1981 mehrere sowohl Fly-by- wie auch Landemissionen, die chemische Zusammensetzungen der Venus-Oberfläche gemessen haben, herausgefunden haben, dass es sich um basaltisches Gestein handelt. Also wir haben jetzt von einigen wenigen Punkten der Venus-Oberfläche tatsächlich auch chemische Zusammensetzungen der Gesteine. Dann hatten wir zwei Orbitern, nämlich Vennerer 15 und Vennerer 16 1983. Die haben mit dem Radarsystem sehr hochauflösende, also im Kilometerbereich, auflösende Karten der Oberfläche, Fotos der Oberfläche anfertigen können. Dann zwei der Sonden, die an sich zum Kometen Halley geflogen sind, Vega 1 und Vega 2, sind auch bei der Venus vorbeigeflogen. Einer davon hatte sogar einen Ballon, der versucht hat, die Atmosphäre zu untersuchen. Der Ballon ist für ungefähr zwei Tage in der Atmosphäre herumgeflogen, in einer Höhe von ungefähr 54 Kilometer und hat sehr viele wichtige Informationen über Windgeschwindigkeiten, Atmosphären und Wolkenzusammensetzungen gemessen. Auch die, interessanterweise, die Jupiter-Sonde Galileo hat sich bei der Venus Schwung geholt, um zum Jupiter zu kommen. Da hat er auch Fotos gemacht. Und Magellan war dann die amerikanische Sonde, die in einer Umlaufbahn war, die mit Radars sehr hochauflösende Fotos zur Erde geschickt hat. Das war eigentlich bis die sehr erfolgreiche Serie der Venera-Missionen ist dann in den 80er-Jahren zu Ende gelangt. Auch mit dem Ende der Sowjetunion irgendwie. Und seit damals gibt es auch keine russischen Sonden zur Venus. Bisher zumindest sind weitere in Planung. Es gab eine europäische Sonde, Venera Express, die im Orbit um die Venus für einige Zeit war. Auch mittlerweile eine japanische Sonde sogar. Und in der nächsten Zukunft sind auch wieder weitere Sonden aus den USA zumindest in Vorplanung. Aber jetzt hat es schon längere Zeit keine Sonden zur Venus gegeben. Wenn wir uns gegenüberstellen, ein im Ultravioletten aufgenommenes Bild der Venus-Atmosphäre mit einem Radarbild. Also hier sehen wir die Struktur der Atmosphäre. Hier sehen wir die Struktur der Oberfläche. Das ist natürlich eine Art computergeneriertes Falschfarbenbild. Denn was wir hier an Farbe sehen, das ist, man versucht aufgrund der Oberflächen Bilder, die von den Venera-Sonden gemacht wurden, ein bisschen die Farbe hier anzupassen. Aufgrund der sehr doch durch die Atmosphäre gedämpften Helligkeit an der Oberfläche scheint es dort so orange-rötlich. Also das ist diese Farbe, die man hier versucht, als Grundfarbe zu geben. Aber was heller und dunkler ist, bei Radarbildern schaut es so aus, dass wir die Unebenheiten der Oberfläche sehen. Das heißt, etwas, was hell ist im Radarbild, hat eine große Oberflächenrauhigkeit und das, was dünkler ist, ist eine flache, eine unaufgeregte Oberfläche, kann man sagen. Man kann natürlich alle möglichen Falschfarben dem geben. Das wäre hier eine topografische Darstellung der Venus. Da gibt es niedrige Gebiete, es gibt höher gelegene Gebiete, es gibt sehr viele Bruchzonen, wie man hier sieht, das sind alles vulkanische Strukturen. Die Magellan-Mission hat also eine komplette Vermessung durch die Radar-Untersuchungen der Venus-Oberfläche ermöglicht. Hier ist ein sehr interessantes Radarbild eines Impact-Kraters auf der Venus-Oberfläche. Was man hier sieht, das ist der eigentliche Impact-Krater hier, der Kraterrand. Da ist ein Zentralberg, also der Krater hat einen Durchmesser von ungefähr wie groß ist er vielleicht 20 Kilometer oder so, 30 Kilometer im Durchmesser dieser Krater oder seinen Zentralberg. Das ist das dünklere Gebiet, daher nicht ganz so rau, das ist der Schmelzbereich, die Impact-Schmelze und das, was wir hier sehen, das sieht man normalerweise nicht so auf diese Art und Weise, das ist das Auswurfmaterial. Bei dem Impact wird Material natürlich ausgeschleidert und jetzt hängt es von der Dichte der Atmosphäre ab, wie weit fliegt das Material. Wir haben das gesehen beim Merkur und beim Mond, da gibt es diese Strahlenkrater, das heißt, das Auswurfmaterial, dieses Ejektar, fliegt sehr weit, auf der Venus, aufgrund der enorm dichten Atmosphäre, fliegt es nicht sehr weit, sondern bleibt hier im Kraternähe, wird es wieder abgelagert und ist natürlich ein Trümmerfeld, kann man sagen. Und das ist das, was man hier besonders schön aufgrund auch dieser Oberflächenrauchkeiten sieht. Was man außerdem sieht, ist, dass bei der Krater, bei der Explosion, der Kraterbildung, hier auch das umgebende, die umgebende Gebiete hier etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde und das ist sozusagen der Schockbereich durch die Explosion, die man hier sieht. Hier ein anderer Krater, ein etwas größerer Krater, der ist vielleicht ungefähr so 70, 80 Kilometer im Durchmesser. Auch hier sehen wir wieder den Kraterrand, den Zentralberg, das impactverfüllte geschmolzene Gestein und Auswurfmaterial rundherum und hier irgendwelche vulkanischen Strukturen bereits. Krater auf der Venus-Oberfläche kennt man einige hundert Krater, es sollte aber viel, viel mehr geben und daraus hat man eben geschlossen, dass vor ungefähr vielleicht 500 bis sie, 800 Millionen Jahren es zu einer völligen Verfüllung der Oberfläche durch vulkanische Ereignisse gekommen ist. Man hat auch festgestellt, dass die kleinsten Krater auf der Venus-Oberfläche, die echte Krater sind, etwas größer als 10 Kilometer sind. Denn das, was kleiner ist, hier sieht man, das ist so ein, da ist ein Krater, aber daneben gibt es noch ein paar, aber das ist ein unregelmäßig geformtes Objekt und erst die, die größer sind, das sind schöne, runde Impact-Krater, wie es sich für einen Impact-Krater gehört. Warum? Weil die kleineren Objekte durch diese dichte Atmosphäre entweder nicht durchdringen und in der Atmosphäre explodieren oder wenn sie explodieren, dann fallen sie nicht mehr mit kosmischer Geschwindigkeit, also ungebremst, auf die Venus-Oberfläche, sondern in Trümmern und dann haben wir eben eine unregelmäßig geformte Struktur oder sogar mehrere Krater nebeneinander, die sozusagen durch diese Schrapnell gebildet wurden. Das heißt, die Venus-Oberfläche hat nur Krater, die größer sind, also ungefähr zehn Kilometer, weil die sehr dichte Atmosphäre die kleineren Objekte kaum durchlässt. Hier sieht man auch bei diesen mehrere Beispiele hier, so ähnlich wie die schon vorher gezeigt, der Kraterrand, das Auswurfmaterial und die Impact-Schmelze im Inneren des Kraters. Wie sieht das mit den Oberflächenformationen auf der Venus aus verglichen mit beispielsweise Erde oder Mars? Nun, auf der Erde haben wir einerseits die Kontinente, die teilweise etwas über Meeresniveau sind und dann haben wir die Ozeanböden, die unter Meeresniveau sind. Deswegen haben wir diese, ein Teil der Oberfläche ist unter dem Meeresniveau, ein Teil ist über dem Meeresniveau. Auf dem Mars ist es sehr breit, dieses Spektrum, aber es gibt nicht diese Dichotomie, während auf der Venus, da ist das meiste in einer Ebene und es gibt relativ wenige höhere Gebiete und kaum welche, die darunter liegen. Die höheren Gebiete, das sind auch sowas wie Hochländer, die nennt man teilweise auch Terra oder Planum gibt es manche, also da gibt es Aphrodite zum Beispiel, beziehungsweise manche wären Regio verschiedene Namen dafür, Alpha-Regio, Beta-Regio, Aphrodite, dann da oben Maxwell-Montes, die meisten Gebiete sind allerdings in der Nähe des Normal-Null, könnte man sagen. Die höchsten Berge, die Maxwell-Montes, die sind ungefähr elf Kilometer über dem Normal-Null. Jetzt gibt es, wie gesagt, auf der Venus viele, viele, viele Strukturen, viele davon haben mit Lava zu tun, hier vielleicht ein Lava-Strom, ein Lava-Fluss über dem Hintergrund, hier ein Vulkan, ein ziemlich großer, typischer Vulkan, ungefähr 400 Kilometer im Durchmesser, aber nur ungefähr eineinhalb Kilometer hoch, also vielleicht so etwas ähnliches wie ein hawaiianischer Schildvulkan und einen kleinen Impact-Krater gibt es dann auch noch hier, der ist hier zu sehen am Rande der Flusszone, schaut fast so aus, als ob die Lava um diesen Impact-Krater, um den Kraterrand herum geflossen ist, so ähnlich wie auch hier. Das heißt, der Vulkan, der war nach der Bildung des Impact-Kraters noch aktiv. Da stellt sich dann natürlich die Frage, hat die Venus heute noch aktiven Vulkanismus? Venus hat relativ wenige Einschlagskrater, haben wir schon gesagt, die Oberfläche ist jünger als ungefähr eine halbe Milliarde Jahre, wir haben sehr viel Schwefeldioxid in der Atmosphäre, wir haben Schwefelsaare in der Atmosphäre, aber natürlich einen Vulkan bei der Eruption hat man nicht unbedingt beobachtet, aber so detailliert waren die Beobachtungen auch wieder nicht. Interessanterweise gibt es jetzt einige Magellan Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass möglicherweise auch heute noch Vulkanismus auf der Venus Oberfläche vorhanden ist. Zum Beispiel Infrarot Aufnahmen von der Europäischen Venus Express Mission, wir haben das also vorher gehabt, hier, das ist das normale Bild von Magellan und hier haben wir die Infrarot Aufnahmen, die zeigen, dass der Berg oben heißer ist als die Umgebung. Das könnte natürlich darauf hindeuten, dass es hier aktiven Vulkanismus gibt. Es ist kein hundertprozentiger Beweis, aber ein guter Hinweis darauf. Das heißt, es kann durchaus sein und es wäre gar nicht mal unlogisch anzunehmen, dass die Venus noch geologisch aktiv auf der Oberfläche ist. Es wird weiterer Sonden bedurfen, das genauer herauszufinden. Was noch immer nicht genau bekannt ist, gibt es schon seit den Magellan-Aufnahmen, seit den Wenerer 15-16-Radar-Aufnahmen die Idee, dass es zu einem globalen Abtragen bzw. neu durch vulkanische Ereignisse zu einer Neuverfüllung gekommen ist. Ist das alles auf einmal passiert, hat das längere Zeit gedauert, also wir wissen das noch nicht genau. Es gibt manche Leute, die sind eher auf der Seite, dass das innerhalb kürzerer Zeit passiert, als andere sagen, dass es an mehreren Gebieten zu unterschiedlichen Zeiten passiert. Das zeigt einfach nur, wir brauchen weitere Untersuchungen, mehr Raumsonden, auch dorthin. Hier haben wir sehr interessante vulkanische Strukturen, hier haben kreisähnliche Strukturen, die auch sehr interessante Bruchzonen auslösen, sind natürlich wiederum Radaraufnahmen, im Optischen würde man das gar nicht so sehen, das sieht man besonders gut. Manche dieser Strukturen, solche zum Beispiel, hat man Arachnide genannt, nach dem lateinischen Namen für Spinnen. Da ist der Körper und da sind die vielen Füße der Spinne. Solche vulkanische Strukturen gibt es auf der Erde nicht. Es gibt auch diese vulkanischen Strukturen, die man Corona nennt, auf der Erde nicht. Hier beispielsweise große, ovale oder kreisähnliche Gebilde, die man als Corona nennt, auf der Venus, die so mehrere 100 Kilometer im Durchmesser haben. Dieses Objekt hier ist ungefähr 100 Kilometer im Durchmesser. Wir haben mögliche oder ziemlich sicher ist hier mit einer vulkanischen Formation zu tun. Allerdings ein ähnliches Gebilde gibt es auf der Erde nicht. Es gibt auch solche interessante Gebiete, die man Tessera nennt. Das sind auch wieder Bruchzonen, als ob man zersplitterten Oberflächengebiete hat. Auch hier wiederum vulkanische Formationen, die eventuell mit Kompressionsphasen zusammenhängen von nahegelegenen Vulkanen. Diese Vulkane können Materie nach oben bringen, Corona möglicherweise nach unten. Das ist eine der möglichen Interpretationen. Wie gesagt, so genau wissen wir die Sache noch nicht, denn die Untersuchungen, so viele Sonden gibt es halt leider nicht. Hier haben wir die Verteilung auf der Venus die weißen Punkte, das sind Impakrater in dieser bestimmten Projektion. Auch hier zum Beispiel sind hellgelb die Corona gezeigt oder orange die vulkanischen Formationen, rot Lavaströme, Riftzonen, also eine ganze Menge, eine riesige Vielfalt an geologischen Strukturen, eine riesige Vielfalt an vor allem vulkanischen Formationen auf der Venus Oberfläche. Nun, wir haben schon gehört, es gab mehrere Landessonden, allesamt sowjetische Sonden, die auf der Venus Oberfläche gelandet sind. Die meisten davon haben Schwarz-Weiß Aufnahmen, manche auch Farbaufnahmen zur Erde zurückgeschickt. Die Aufnahmen zeigen Formationen, die ähnlich sind wie typische Basalte, teilweise auch sehr frische, Vulkanische Gesteine, frische Basalt-Formationen und die chemischen Zusammensetzungen waren hier auch in Übereinstimmung. Hier ein Bild von der Oberfläche der Venus von Venera 13, einmal in Farbe, einmal ein anderes Bild in Schwarz-Weiß. Hier ist ein Messgerät, das die chemische Zusammensetzung der Oberfläche durch Alpha-Rückstrahung messen kann. Hier sieht man, weil das eine Weitwinkelaufnahme ist, bis fast zum Horizont hin und hier sieht man den Raumschiffes und aufgrund der Kühlung, der internen Kühlung war es möglich, dass diese Raumsonden so in der Größenordnung von einer Stunde nach der Landung trotz fast 500 Grad Oberflächentemperatur noch Daten zur Erde geschickt haben. Also wirklich eine technologische Meisterleistung, kann man nur mehr sagen. Zwei Jahre hat Magellan gebraucht, um eine Karte der Oberfläche, auch eine Höhenkarte der Oberfläche zu machen. Das sieht man zum Beispiel in Afrobit die Terra, diese höheren Regionen, Alpha-Regio, Beta-Regio und da oben das Ishtar-Terre mit den höchstgelegenen Maxwell-Montes. Das sieht man aber auch, dass die Verteilung der Höhen nicht sehr unterschiedlich ist. Nur Maxwell-Montes geht ungefähr 11 Kilometer, also etwas höher als der Mount Everest über der umgebenden Ebene hinaus. Mithilfe dieser Radar-Untersuchungen kann man auch Querschnitte zum Beispiel über solche Lavakanäle oder Bruchzonen machen und sieht, wie unterschiedlich die Höhen auch sind. Das kann sich also dann schon um mehrere Kilometer auch handeln, wo diese Gräben breit sind. Nun zur Atmosphäre ein bisschen, was der Planet haben wir schon mehrfach gehört, rotiert sehr sehr langsam, die Atmosphäre rotiert schneller um den Planeten herum. Es gibt aber nicht nur die Komponente der Rotation, die in die Richtung geht, in ungefähr vier Erdtagen, in Polnähe etwas langsamer, sondern es gibt auch diese Headley-Zellen genannten Zirkulationen, die Atmosphäre von den Polargegenden zum Äquator und wieder zurück transportieren, so wie man das vielleicht auch von der Erde von welchen Gebieten her kennt. Das heißt, die Atmosphäre ist eigentlich ganz gut durchmischt. Pioneer Venus Sonde hat mehrere Atmosphären Sonden in die Atmosphäre der Venus entlassen und diese Sonden haben verschiedene Messungen durchgeführt, hatten verschiedene Geräte an Bord, zum Beispiel einen Gaskromatographen, um die atmosphärische Zusammensetzung zu messen, ein Radiometer, um die Sonnenstahlung oder die Abschwächung dasselben messen zu können, Infrarote Radiometer, um die Infrarotstahlung zu messen, sogar Geräte, mit denen man die Zusammensetzung und die Größe der Tröpfchen in den Wolken messen kann, natürlich Temperaturmessgeräte und so weiter und so weiter. Und was man hier gefunden hat, war, dass die Windgeschwindigkeit in der oberen Atmosphäre relativ hoch ist, bis zu ungefähr 150 Meter pro Sekunde und die geht dann in der unteren Atmosphäre bzw. bei der Oberfläche bis zu praktisch null. Also nicht nur hat es an der Oberfläche 450 Grad Celsius Oberflächentemperatur, es bläst noch nicht einmal ein bisschen ein Wind. Die Wolken, die sind alle in einer größeren Höhe zwischen ungefähr 50 und 70 Kilometer über der Oberfläche. Es gibt hier verschiedene Schichten, die hier auch unterschiedlich große Tröpfchen aufweisen, aber alle Tröpfchen in der Venus-Atmosphäre oder fast alle bestehen aus Schwefelsäure. Das führt übrigens auch dazu, und das hat man gemerkt, wenn also Raumschiffe längere Zeit durch die Wolken durchfliegen, dann werden sie natürlich durch die Schwefelsäure angeätzt. Also ein sehr ungesunder Planet, kann man sagen. Und hier ist der Effekt des Ganzen. Es kommt natürlich, manches Licht wird zurückreflektiert, ungefähr 70 Prozent werden zurückreflektiert, 30 Prozent gehen durch und sind dann aufgrund des Treibhauseffektes in der Atmosphäre gefangen und es kommt zu dieser enormen Aufheizung der Oberfläche. Also wir haben auf der Erde noch ein bisschen Zeit, momentan ist der Kohlendioxid Gehalt in der Atmosphäre nicht sehr hoch, aber bei 96 Prozent weiß man dann, was tatsächlich passiert. Es gibt übrigens auch die Hypothese, dass früher in der Geschichte der Erde der Kohlendioxid Gehalt viel höher war, als er heute ist, sogar vielleicht die Hälfte der Atmosphäre, aber Kohlendioxid so genau, wissen wir das übrigens noch gar nicht, wie die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre, der Erdatmosphäre früher war. Wenn wir jetzt die Atmosphären Zusammensetzungen zwischen vor allem Merkur, Erde und Mars vergleichen, den Merkur, den haben wir hier nur so dazu getan, ganz, ganz wenig ist hier vorhanden, aber es gibt ein bisschen Natrium, das abgespattert wird, Wasserstoff und Helium aus dem Sonnenwind und Kalium auch aus den Gesteinen der Oberfläche und damit vergessen wir das gleich, also das ist keine echte Atmosphäre. Echte Atmosphären gibt es eben bei Venus, Erde und Mars, wobei die Venusatmosphäre zu 96% aus Kohlendioxid besteht, das ist fast das gleiche wie die Marsatmosphäre, die Erdatmosphäre wissen wir ja, besteht zu ungefähr 78% aus Stickstoff, knapp 21% Sauerstoff, dann ein bisschen Wasser, ganz wenig Argon, in der Venus gibt es noch weniger Argon, auch relativ wenig Wasser, während in der Marsatmosphäre ist nach dem Stickstoff des Argon schon das dritthäufigste Gas, hat vielleicht etwas mit der Entfernung von der Sonne zu tun. Hier das Ganze noch grafisch dargestellt, also wahnsinnig viel CO2, Venus und Mars und die Erdatmosphäre ganz ganz anders, warum gibt es übrigens überhaupt Sauerstoff in der Erdatmosphäre, das hat ziemlich sicher etwas mit dem Vorhandensein von Leben auf der Erde zu tun. Also die Atmosphäre, die kennen wir deswegen, weil sowjetische und amerikanische Raumschiffe seit den 1960er Jahren bereits dort Messungen vorgenommen haben, wir wissen, es ist eine dichte Atmosphäre, ungefähr so dicht, wie wenn man 1000 Meter unter der Ozeanoberfläche wäre, die etwa 20 Kilometer dicke Wolkenschicht ist zwischen 15 und 70 Kilometer Höhe, darüber gibt es eher nur Dunst und darunter auch eine schwefelreiche Atmosphäre, statt Wasserträpfchen gibt es Schwefelsäure in der Atmosphäre, es gibt sehr viel Zirkulation, die Atmosphäre geht in vier Tagen einmal um die Venus herum und die Oberflächen Windgeschwindigkeiten sind sehr 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 gering. Es gibt bei der Venus, haben wir schon erwähnt, praktisch kein messbares Magnetfeld, es gibt aber natürlich eine Interaktion zwischen dem Sonnenwind und der Venus-Atmosphäre. Der Sonnenwind ionisiert die äußeren Komponenten der Venus-Atmosphäre und dadurch gibt es so eine Art Ionosphäre auch und einen Magnetschwanz, einen Magnetschweif auch bei der Venus, allerdings viel enger am Planeten dran, als wenn die Venus ein Magnetfeld hätte. Das hat also nur mit der Ionisierung der Atome und Moleküle der Venus-Atmosphäre zu tun. Nun, wenn wir jetzt am Ende die Venus auch hier wieder ein bisschen zusammenfassen, ein paar Dinge, die wir im Laufe der Zeit gelernt haben. Dieses Bild ist ein computergeneriertes Bild, das die Oberfläche von Radaraufnahmen her zeigt, die von den Raumschiffen gemacht wurden. Wir sehen daher, es gibt keine Plattentektonik auf der Venus, es gibt Vulkanismus, es gibt Hotspots, es gibt möglicherweise sogar heute noch aktiven Vulkanismus, es gibt relativ wenige, ungefähr 600 Impact-Grad, es gibt kein Magnetfeld, die Atmosphäre ist sehr heiß, bewegt sich in vier Tagen einmal um den Planeten, es ist eine undurchdringliche Wolkenhülle mit einer sehr, sehr dichten Atmosphäre, die zu einer Oberflächentemperatur von fast 500 Grad Celsius führt. Das ist ein kurzer Überblick über die Venus und das nächste Mal werden wir uns dann mit dem Mars beschäftigen, das wäre es für heute. Bis zum nächsten Mal.